ja und da bin ich auch schon wieder und es geht weiter hier wir müssen die wir müssen noch zwei leute befreien okay ein lego teil vielleicht hier drüben noch zwei mal gucken ok einmal dort oben drauf jetzt kommen wir hier hinauf auch nicht vierte ok und ich habe immer noch nicht das ziel dort oben getroffen irgendwie will er dort auch nicht drauf schießen sehr komisch aber ich habe ich habe ich nicht jetzt muss ich wieder schnell sein das war mit diesen lego teilen wieder ok 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 ich habe eigentlich das richtige gefunden aber das habe ich angeklickt schön ähm ich glaube das hier ich bin hier nicht wirklich der profi drinnen meine reaktionsgeschwindigkeit ist nicht die beste platte 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 und komisches rundes ding und noch ein komisches ding ich weiß nicht das ok ok ja shit wir haben noch 10.000 geschrieben ok besser wie nichts immerhin die helfe ich glaube ich habe es richtig verpasst der tag soll euch treffen wer ist denn das wer ist denn das können wir den auch essen oh wir sind gandalf ich bin gefällig den fuß aus meinem kreuz ich bin gefällig den fuß aus meinem kreuz und noch eine errungenschaft der tag soll euch level abgeschlossen ok ok das können wir eigentlich überspringen hier das kennen wir ja schon schade 83 prozent close so verdammt knapp so ereignisse mittelerde freigeschaltet wahrscheinlich diese ganzen grünen vielen punkte wo ich dann noch etliche nebenquests machen kann schätze ich jetzt mal aber seit wann wagen sich bergtrolle so weit in den süden das haben sie ewig nicht getan eine dunklere macht herrschte damals über dieses land bei tages licht dürfen sie nicht draußen sein das heißt in der nähe gibt es eine hülle okay ich gucke mal ob wir hier erst einmal wieder zwischen speicher machen kann denn ich will auch erst einmal wieder eine pause machen und würde damit dann auf jeden fall erst einmal gucken ob es funktioniert ja es funktioniert wunderbar dann würde ich auf jeden fall hier erst einmal wieder sagen bis zum nächsten mal und schaltet auf jeden fall wieder ein